Vlamour-Schale, Fokusstrategie C. Bürgerrecht Artikel 161 Jeder Ehegatte behält sein Kantons- und Gemeindebürgerrecht. Um nochmal zum vorherigen Punkt zu kommen, gerade in der Playlist Mathematik, wo ich eh alles durchrechne, wäre das natürlich top, wenn man dort einfach dann könnte Audio abändern. Oder zum Beispiel sagen, ich will jetzt das, was hier vorgezeigt wird, anstatt auf Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Französisch, Englisch, Albanisch oder andere Sprachen gehören. Das wird für mich als Creator, ich glaube, das wird so genannt in der YouTube-Community-Sprache, ich als Creator hätte einen viel grösseren Reach. Vor allem, wenn ich zum Beispiel mehrsprachig bin, in meinem Fall in gewissen Sprachen stärker und in gewissen Sprachen weniger stark, aber eigentlich vier Sprachen und wenn man Schweizerdeutsch dazu zählt, dann sind es fünf Sprachen. Also könnte ich eigentlich meine Leistung oder mein Verdienst, dass ich vier Sprachen kann. Ich würde auch gerne davon profitieren, jetzt als Creator. Anstatt, dass ich den gleichen Inhalt viermal zeichne, schreibe, dass ich ihn nur einmal schreibe, aber viermal durchsprechen, also das wäre, das wäre sehr, in meinen Augen sehr gut. Also für mich wäre das super, natürlich. Und dann könnte ich auch einfacher testen, in welcher Sprache mein Reach grösser ist. Die Viersprachigkeit ist ein Teil von mir, von meiner Persönlichkeit.